So, weiter geht's mit Red Dead Redemption 2. Ich mache jetzt die Mission für Tom Dickens. Viel Spaß dabei. Ich habe eine Bedeutung. Ich kann mich nicht auf die Bedeutung. Ich weiß, dass wir alle unsere Fähigkeiten haben, Herr Dickens. Was hast du gemacht, bevor du hier kam? Ich habe dir gesagt, meine Frau wurde verletzt aus der Inheritanz. Wir waren in eine Verwaltigung. Es war eine schlechte Zeit. Das klingt schrecklich, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin ein Wort. Ich habe mich auf einen Mann auf seine Worte gebracht und auch, um zu glauben, dass es ein freer Land ist. Es ist so freer, dass ich nicht sagen kann, was ich zu denken. Also, ich glaube, es ist nicht wichtig, was du glauben. Aber ich werde hart arbeiten, und ich werde schnell lernen. Okay. Gib mir eine Hand mit dieser Fähigkeit. Ich habe die, die zu machen. Ach, komm, als ob das jetzt so schwer ist, dass das trockenes Holz, Mann. Das dürfte gar nicht schwer sein. Nicht annähern. Ich hoffe, dass du die Basiken verstehst. Ich habe andere Dinge, aber es gibt mehr als ein Tag hier für dich. Okay, so lange. Ich werde die Sekunden nachdem, wenn du fertig bist. Okay. Jim, Milton! Over here! Hurry! Hurry! Come on, son! Milton, komm her! Komm her! Komm her, gib uns eine Hand! Nicht viel über Bulls, Milton? Ah, nur die Basiken. Nicht sie schade. Angus Geddes? Das ist Jim Milton. Herr Milton? Angus ist dein Sohn. Schön, dich zu treffen. Und wir versuchen diesen großen Hunker Chuck zu移. Ich habe das Gefühl, ja. Das meinte ich. Ich hatte das Gefühl, dass ich falsch stehe und das hat sich anscheinend bewahrheitet. Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe die Fülle mit dir. Ich habe das Gefühl, ja. Dämpfeiert ihn. Ich habe das Gefühl, was ich anscheinend. Es war eine Schmerzen. Mache Musik… Ja? Oh, shh. Oh! Oh! I gotta build that! Gotcha. Come on, Finn. No! No! Nowhere you go. Oh, come on. How am I gonna calm this thing down? You don't look like you're gonna wind down. But I'll try. Whoa there. Whoa there. Easy. 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 It ain't so bad. Nice and easy now, boy. You're an angry one. There, there. There, there. All better? Okay. Now, come on, you hunkin' chuck. Don't get no ideas. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Thank you, Mr. Dickens! You take me, I do. Peace out. Bye. So, this was our project. With the show, let's go getjadi. Let's go get ready. Bye. Bye. Okay, I have decided that the mission only goes 3 minutes. gehen würde und die andere nur sechs minuten die zwei missionen zusammen zu packen viel spaß beim video klingt der wie trevor ich glaube das ist eine halbe portion ich glaube der trifft mich ein mal mehr im nächsten kampf man die er hat mich zuerst du kannst du das du kannst du das wie ist deine Frau in der braun ich werde meine Frau alleine oh sie ist wirklich schön raus oh du hast eine temper imagine du bist frustraten mit deinem Leben Ich bin mit einem Schuss-Soffeln-Farm-Hand. Was machst du hier falsch? Ich lasse meine Frau alleine. Willkommen in der Big Valley, Tim Milton. Es ist ein Freude zu treffen. Wir sehen uns wieder. Und du, der Mann, erzähl Mr. Geddes wir uns. Wir sind zurück. Danke, Mr. Milton. Danke. Danke. Keine Ahnung. Hör auf dich zu sein. Hör auf dich zu sein. Welche Wahl habe ich? Plenty, du moron. Plenty. Wir werden alle verabschieden, John. Ich denke, der Trick ist, zu entscheiden, mit dem. Jungs. Ich kenne dich nicht mehr. So, das war's auch mit der Verwertung, wie dem ich den 2, wenn sich gefallen hat, lasst deine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal.